Tagesdosis Fünf irre Szenarien für Russlands Zukunft Ein Kommentar von Rainer Rupp Ein führender US-Russland-Experte und Regierungsberater lässt sich über die Zukunft Russlands aus und bietet einen abstrusen Einblick in die herrschende Denkweise in Washington und damit auch in der NATO und EU. Am Donnerstag, den 18. April, noch rechtzeitig vor der Entscheidung des Unterhauses des US-Kongresses House of Representatives in Washington am 20. April über eine weitere zig Milliarden Dollar Hilfe an die Ukraine, hatte Foreign Affairs auf seiner Internetseite einen langen Artikel mit dem Titel The Five Futures of Russia and How America Can Prepare for Whatever Comes Next veröffentlicht. Zu deutsch die fünf Möglichkeiten für Russlands Zukunft und wie Amerika sich darauf vorbereiten kann. Zwei Tage später, am Samstag, verabschiedete das Repräsentantenhaus des US-Kongresses auch mit der Mehrheit der Stimmen der Republikaner ein 95 Milliarden Dollar schweres Waffenhilfspaket für aktuelle und zukünftige Kriege seiner Stellvertreter in Osteuropa, im Mittleren Osten und in Asien. Von der Gesamtsumme geht der Löwenanteil, nämlich 61 Milliarden Dollar, an die Neonazis in Kiew, 26,3 Milliarden Dollar an die völkermörderischen Zionisten in Israel und knapp 8 Milliarden an die anti-chinesischen US-Marionetten in Taiwan. Zugleich verabschiedete das Repräsentantenhaus Maßnahmen, um a. den Verkauf von TikTok an amerikanische Investoren zu erzwingen, b. um eingefrorene russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen und der Ukraine zu schenken, c. um weitere Sanktionen und andere Strafmaßnahmen gegen Russland, China und den Iran zu verhängen. Die zuletzt genannten drei Maßnahmen hatte das Repräsentantenhaus mit einer noch überwältigenderen Mehrheit von 360 zu 58 Stimmen verabschiedet. Aber angesichts der inzwischen seit Jahren andauernden Hetze angeblich seriöser Denkfabriken und Qualitätsmedien gegen Russland, China und Iran und gegen alle anderen Länder, die sich dem Hegemon in Washington widersetzen, war dieses Abstimmungsergebnis keine Überraschung. Bevor wir uns im Einzelnen dem Irrsinn widmen, den ein führender US-Russland-Experte und Regierungsberater auf Foreign Affairs verbreiten darf, sei angemerkt, dass diese Zeitschrift zu der prestigeträchtigen Denkfabrik United States Council for Foreign Relations, CFR, gehört. Deren Gründung geht auf das Jahr 1922 in New York zurück und sie ist von einer Aura aus staatspolitischer Tradition und Analysen auf höchstem Niveau umgeben, denn neben zahlreichen außenpolitischen Experten, Wissenschaftlern und Autoren gehören dem CFA seit eh und je viele ehemalige Außenminister, Finanzminister und hochrangige Diplomaten an. Aber der Anteil hochrangiger Politiker spricht längst nicht mehr für Qualität. Das intellektuelle Niveau heutiger US-Politiker sowie die weitverbreitete Korruption des politischen Lebens in den USA durch die allgegenwärtigen, von Geld und Einfluss strotzenden Lobbys sind die US-Denkfabriken auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Sie haben dasselbe Problem wie Computer, die mit künstlicher Intelligenzsoftware politische Analysen produzieren sollen. In beiden Fällen gilt, wenn man das System mit Mist und Wunschdenken füttert, dann kann auch nur Mist herauskommen. Was allgemein für alle einst hoch angesehene US-Institutionen gilt, so zehrt auch der Council for Foreign Relations auf dem Weg nach unten nur noch von vergangenem Prestige. Dabei kann die angebliche CFR-Denkfabrik immer weniger darüber hinwegtäuschen, dass sie mit ihren Publikationen und ihrer Öffentlichkeitsarbeit nur noch eine, wenn auch sehr einflussreiche Lobbymaschine für den militärisch-industriellen Komplex M.I.K. der USA ist. Dieser IS-M.I.K. besteht längst nicht mehr nur aus Waffenschmieden des alten Stils. In den letzten Jahrzehnten ist der M.I.K. um eine endlose Zahl von sicherheitspolitischen Beratungs- und Dienstleistungskonzernen, von Softwareunternehmen über Thinktanks bis hin zu Sicherheits- und Söldnerfirmen, die zigtausende Privatsoldaten unter Vertrag haben und rund um die Welt einsetzen, gewachsen. Zusammen gehören diese Unternehmen zu den profitträchtigsten im US-Kriegerstaat, in dem nur noch wenige andere florierende Wirtschaftszweige übrig geblieben sind. Ohne ständige Kriege, die mit immer höheren Schulden finanziert werden, würde diese US-Wirtschaft in eine tiefe strukturelle Krise stürzen. Aktuell wachsen die Schulden der US-Regierung alle 100 Tage um eine Billion tausend Milliarden Dollar. Jeder weiß, dass das in einer Katastrophe für die USA enden wird, gestritten wird nur noch über das Wann. Nun zu dem eingangs erwähnten CFA-Beitrag über die fünf Zukunftsperspektiven für Russland. Der Autor ist Stephen Kotkin, ein US-amerikanischer Historiker. Als Mitglied mehrerer einflussreicher Denkfabriken berät er nicht nur etliche US-Ministerien und Behörden, sondern auch den National Intelligence Council, der die inzwischen 18 US-Geheimdienste überspannt. Eingangs gibt sich der Russland-Experte Kotkin in seiner Analyse ziemlich realistisch, wenn er schreibt, Washington habe auf die harte Tour gelernt, dass ihm die nötigen Hebel- und Erpressungswerkzeuge fehlen, um Länder wie Russland und China nach US-Vorstellungen zu verändern. Den Grund dafür sieht er darin, dass diese Länder als Imperien auf der eurasischen Landmasse entstanden sind und sich selbst als uralte Zivilisationen verstehen. Das alles war bereits lange vor der Gründung der Vereinigten Staaten, geschweige denn vor der Entstehung des sogenannten Westens, der ihnen nun diktieren will, was Zivilisation ist. Washington und seine Partner sollen daher nicht übertreiben, wenn es darum geht, zum Beispiel Russlands Kurs zu beeinflussen. Stattdessen sollten sie sich auf das vorbereiten, was sich womöglich in Russland entwickeln wird. Damit aber endet bereits Kotkins Realismus und in den nachfolgenden fünf Szenarien setzt sich wieder das arttypische US-Wunschdenken über Russland und dessen Rolle in einer US-dominierten Welt durch. Szenario 1. Russland wird wie Frankreich Laut Kotkin verfügt Russland, genau wie Frankreich, über eine staatsrechtliche und monarchische Tradition, die unabhängig von der Art des künftigen politischen Systems fortbestehen werde, sowie über eine angeblich, Zitat, belastete revolutionäre Tradition, Zitat Ende, die ebenfalls nicht mehr fortbesteht, jedoch in Institutionen und Erinnerungen als Quelle der Inspiration und Warnung weiterlebt. Kotkins Meinung nach käme der französische Weg einem realistischen Modell für ein blühendes, friedliches Russland am nächsten, wenn das Land nur einen Politiker wie General de Gaulle hervorbringen würde. Der könnte helfen, eine liberale Ordnung in Russland einzuführen und von oben zu konsolidieren. Allerdings sei eine solche Persönlichkeit mittelfristig am russischen Horizont nicht in Sicht. Kotkin übersieht dabei offensichtlich, dass die sehr große Mehrheit des Vielvölkerstaats Russland tief in ihren jeweiligen Traditionen verwurzelt ist. Zudem herrscht in Russland seit dem Chaos der Jelzin-Jahre und angesichts der zunehmend erschreckenden gesellschaftlichen Auswüchse im Westen eine tiefe Abscheu vor dem Liberalismus des kollektiven Westens. Allerdings gibt es unter jugendlichen Russen Gruppen, die mit den Ideen westlicher Grünen und Linken sympathisieren. Aber auch unter Gleichaltrigen sind sie eine Ausnahme und auch eine politisch irrelevante Größe. Außerdem scheint Kotkin in diesem Szenario ganz vergessen zu haben, dass Frankreich längst seine Souveränität verloren hat und heute ein US-Vasallenstaat ist. 2. Ein in sich zurückgezogenes Russland Diesem Szenario zufolge könnte Putin von einem autoritären, nationalistischen Führer herausgefordert werden, der für traditionelle Werte eintritt, antivestliche Positionen vertritt, ideologische Anleihen beim Slavophilismus, Eurasianismus und bei der östlichen Orthodoxie macht. Ein solcher nationalistischer Führer würde sich vor allem über Russlands langfristige wirtschaftliche Zukunft beunruhigt zeigen und Putin dafür verantwortlich machen. Dabei entwickelt Kotkin die Vorstellung, dass ein solcher radikal-antiwestlicher Nationalist die Anhängerschaft von Putin für sich gewinnen könnte, indem er diese überzeugt, dass der Krieg in der Ukraine Russland schadet. Vor allem dadurch, weil Russland Gefahr läuft, lebenswichtige europäische Bindungen dauerhaft zu verlieren und dafür in die Abhängigkeit von China zu geraten. Diese Konstruktion Kotkins ist nicht nur weltfremd, sondern geradezu abenteuerlich. Die Verbindungen zu Europa, die laut Kotkin lebenswichtig für Russland sind, sind nicht zu erkennen. Umgekehrt wird jedoch ein Schuh draus, denn Westeuropa braucht Russland. Die urplötzlich eingeführten extremen Westsanktionen hat Russland mit Bravour überstanden und steht heute stärker da als zuvor. In Westeuropa ist das nicht der Fall. Außerdem haben die Russen nicht vergessen, welche Länder es sich zum öffentlich erklärten Ziel gemacht haben, Russland zu ruinieren, strategisch zu schwächen oder gar in viele einfacher zu handhabende Teile zu zerstückeln. China war das nicht. Auch in Szenario 2 schimmert bei Kotkin wieder eindeutig das Wunschdenken bestimmter Kreise im US-Kriegsestablishment durch. Drittens, Russland als Vasall Chinas In diesem dritten Szenario mutiert die chinesisch-russische unbegrenzte strategische Partnerschaft und die starke persönliche Bindung zwischen Putin und Xi in einer Entwicklung, in der Russland letztlich zu einem Vasall Chinas wird. Kotkin argumentiert, dass die gesellschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Völkern nach wie vor oberflächlich sind und dass die Russen kulturell europäisch geprägt sind und sie daher das chinesische Joch letztendlich genauso abwerfen werden, wie sie das vor vielen Jahrhunderten mit dem mongolischen Joch getan hatten. Mit dieser historischen Analogie, die Kotkin im Szenario 3 präsentiert, zeigt der Autor, dass er voll und ganz in seiner westlichen Blase lebt, dass er nicht nur ein oberflächliches Verständnis der russischen Geschichte und heutigen Gesellschaft hat, sondern auch so gut wie nichts über die chinesische Geschichte weiß. Viertens, Russland als Abklatsch von Nordkorea Russland könnte laut Kotkin auch so etwas wie ein gigantisches Nordkorea werden, nach innen politisch repressiv, international isoliert und mit Atomwaffen bewaffnet und in völliger Abhängigkeit von China lebend, aber zugleich immer noch in der Lage, sich Peking punktuell zu widersetzen. In diesem Szenario würde die Aufgabe, Russland daran zu hindern, sich dem Westen zuzuwenden, an oberster Stelle der Prioritätenliste der Führung in Peking stehen. Denn ein den USA zugeneigtes Russland würde die antichinesische Position Washingtons erheblich stärken. Dieses Szenario des großen Experten Kotkin ist derart idiotisch, dass es keines weiteren Kommentars bedarf. Fünftens, Russland im Chaos. In diesem, in der USA besonders beliebten Szenario eines außer Kontrolle geratenen Russlands mit innenpolitischer Meuterei, mit einer oder mehreren großen Naturkatastrophen, bei deren Bewältigung sich die Behörden und der Kreml als unfähig erweisen, oder ein Unfall oder eine vorsätzliche Sabotage von russischen Nuklearanlagen, verbunden mit dem zufälligen oder nicht zufälligen Tod an der Kreml-Führungspersönlichkeit, all das könnte zu Chaos und einem Machtvakuum führen, das einige von Russlands Nachbarn, zum Beispiel Ukraine, ausnützen könnten, um von ihnen beanspruchte Gebiete zurückzuerobern. Inmitten eines solchen Chaos könnten Verbrechersyndikate und Cyberkriminelle ungestraft agieren. Nukleare und biologische Waffen, sowie die Wissenschaftler, die sie entwickeln, könnten in alle Winde zerstreut werden, so Kotkin. Bei den fünf Szenarien des in den USA anerkannten Russland-Experten Kotkin fällt auf, dass sie us-zentrischen Denken entsprechend nur katastrophale Aussichten für Russland enthalten. Dabei hat Russland, das größte Land der Erde, nicht nur unglaubliche Mengen Energie und andere Rohstoffe, sondern es ist auch der größte Lebensmittelexporteur der Welt. Russland hat nicht nur ein riesiges Industriepotenzial, sondern, im Unterschied zu den USA, auch eine hochgebildete Gesellschaft mit hervorragenden Naturwissenschaftlern und Mathematikern. Vor diesem Hintergrund ist es unglaublich, dass Kotkin das wahrscheinlichste Szenario für Russland als Hirngespinst abtut. Für ihn und seine westlichen Kollegen ist es einfach nicht vorstellbar, dass Russland als eigenständige eurasische Macht sich zu einem der Pole der entstehenden multipolaren Welt entwickelt. Mit der typischen US-amerikanischen Arroganz gegenüber Russland, die in Obamas Kommentar gipfelte, wonach Russland lediglich, Zitat, eine Tankstelle mit Atomwaffen, Zitat Ende ist, behauptet auch Kotkin, dass das Einzige, was Russland, Zitat, neben Rohstoffen und politischer Schlägertrupps exportiert, talentierte Menschen sind, Zitat Ende. Weiter führt er total ahistorisch aus, dass Russland sich nie als Großmacht habe behaupten können, wenn es keine engen Beziehungen zu Europa hatte. Russlands Zukunft sei deshalb zweigeteilt. Der eine Weg sei ein riskantes Abdriften in eine tiefere chinesische Umarmung, der andere sei eine Rückkehr nach Europa, trotz aller Widrigkeiten. Kotkin rät daher der US-Führung, Zitat, den militärischen Druck auf Russland aufrecht zu erhalten und Moskau gleichzeitig Anreize zu bieten, sich aus der Ukraine zurückzuziehen, Zitat Ende. Dazu müssten kreative politische Hebel mithilfe militärischer Werkzeuge geschaffen werden. Zugleich, so Kotkin, müsste aber auch, in enger Zusammenarbeit mit den Verbündeten und Partnern der USA, der, Zitat, Austausch mit einflussreichen, aber regierungsunabhängigen Persönlichkeiten in Russland befördert werden, Zitat Ende, womit natürlich antirussische politische Wühlarbeit und gesellschaftliche Destabilisierung mithilfe von Gestalten vom Schlag Nawalnys gemeint ist. Abschließend rät Kotkin den Kriegstreibern in Washington, sich nicht nur auf die Möglichkeit einer nationalistischen Rekalibrierung Russlands vorzubereiten, sondern eine solche auch, Zitat, eifrig voranzutreiben, Zitat Ende. Kotkin befürchtet nämlich, dass Putin seine Kriegsziele in der Ukraine erreichen könnte, bevor ein nationalistischer russischer Offizier oder Beamter die Chance zu einer Machtergreifung bekommen könnte. Allerdings würden die hohen Kosten für Russland in der Ukraine weiter bestehen bleiben, wenn sich der Konflikt von einem Zermürbungskrieg in einen ukrainischen Aufstand gegen russische Besatzer verwandeln würde. In dem Zusammenhang räumt Kotkin jedoch ein, dass die USA heute in der Welt nicht mehr wie einst mit gutem Beispiel vorangingen. Früher seien sie für ihre Verbündeten und Partner ein Synonym für wirtschaftliche Chancen gewesen. Heute hätten sie diese Rolle an China abgetreten, Zitat, um verlorenen Boden zurückzugewinnen und den Motor der sozialen Mobilität im eigenen Land wieder in Gang zu setzen, müssen die Vereinigten Staaten, die nur über 1,5 Millionen Mathematiklehrer verfügen und ihr Wissen in diesem Fach aus Ost- und Südasien importieren müssen, ein Programm auflegen, das innerhalb eines Jahrzehnts eine Million neuer Mathematiklehrer hervorbringt. Zitat Ende. Auf Investitionen in Menschen und Wohnungen und auf die Wiederentdeckung des Bürgersinns in den USA käme es an. Die Mobilisierung für Wissenschaft und nationale Projekte allein würde jedoch noch keine Chancengleichheit im eigenen Land garantieren. Aber eine solche Politik wäre ein wichtiger Anfang, eine Rückkehr zu der bewährten Formel, die die nationale Macht der USA in Verbindung mit der internationalen Führungsrolle Amerikas wiederherstellen könnte, so Kotkin, der offensichtlich nicht erkennt oder erkennen will, dass dieser Zug für die USA längst abgefahren ist und der Niedergang der USA und der damit einhergehende Statusverlust nicht länger aufzuhalten ist. Wenn Apollutleser sich immer wieder über die undurchdachte Politik der USA und ihrer Basallen in Deutschland wundern, immer wieder kopfschüttelnd die Rohrkrepierer westlicher Maßnahmen gegen Russland verfolgen und sich nicht selten fremdschämen, wenn sie sehen, wie die Top-Politiker in US, NATO, EU von einer Blamage zur nächsten stolpern, dann liegt es hauptsächlich an den lausigen Experten in den US- und westlichen Denkfabriken und Geheimdiensten. Dort ist man zu echten Analysen schon lange nicht mehr fähig oder willig. Denn die Experten wissen genau, was ihre politischen Herren wollen und entsprechend verbiegen sie die Fakten in ihren Berichten, damit ihre Expertenmeinung das gewünschte politische Narrativ untermauert. So sichern sie ihr Einkommen und ihr Prestige. Achtung, wichtiger Hinweis. Apollut musste sich eine neue Kontoverbindung suchen. Die alte wurde uns gekündigt. Damit wir weiter regierungskritisch publizieren können, wechseln Sie bitte umgehend Ihren Dauerauftrag. Unterstützen Sie uns wie bisher, nur ab sofort über unser neues Konto. Tun Sie das bitte heute. Am besten jetzt sofort. Kontoverbindung jetzt ändern unter apollut.net slash konto. Danke, dass Sie Apollut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apollut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apollut.net slash unterstützen. Apollut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apollut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apollut.net slash Newsletter. Natürlich gibt es Apollut auch als App. Einfach auf apollut.net slash App runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben. Apollut. Jetzt erst recht.